Wie viele Bases hier rumstehen? Flog die gestern schon da rum? Seid ihr schon da? Check. Ganz in der Nähe, wir sind an der Base. Genos, hi dudes. Ah! Ich muss den Busch. Was? Da hat einer geschrieben. Er ist ja in der fliegenden Stadt und hat uns einfach mal beobachtet. Der Hund. Bist du an der Militärbasis? Basis? Rebecca? Nein, ich bin im Busch, weil ich bin in der Nähe, ja. Aber im Busch. Da läuft einer mitten auf der Wiese rum, Mann. Ist so, ist so. Nein, das bin ich nicht. Schlagwäste. Oh Gott. Hab ich. Jetzt haben wir die Schlagwäste. Hat von mir auch hart kassiert, sag ich dir. Hi dudes. Ja, tot. Nie freundlich sein hier in dem Spiel, Bruder. Echt? Ja, der hat keine Waffenhand gehabt. Egal. Das war ein bisschen übertrieben. Ja, ich weiß. Ich geb ihm dafür meine Weste. Ist aber freundlich. Ja, der denkt sich bestimmt auch, Alter. Fick dich. Komm mal, ne? Komm mal. Komm mal, ne? Ich kommel. Kommel? Kommel? Komm. Du bist da von der Wiese, oder? Rote Hochzeit, ne? Ja, ja. Ja, ja, ja. Da ist die Leiche auf der Wiese, ne? Und falls die einer von euch beiden mal looten will oder so. Die hat nichts mehr. Die hat nur Shit gehabt. Die Leiche. Und die Reste. Ja, ja. Hast schon die Leiche mitgenommen. Die Weste hast du aber angezogen, ne? Check. Gut. Ich hab extra auf den Kopf geschossen. Ja, ich hab den dreimal mit in die Brust geschossen. Da war ich schon an Banken. Womit hast du eigentlich geschossen? Ich? Ja. Renegade. Ah, okay. Mit Sniper Scope hab ich hier drauf. Tust du? Hier bin ich. Hast du Toast, hab ich gefragt. Achso. Ein bisschen rumlaufen. Bisschen Toast? Bisschen Toast? Ich habe keinen Rucksack mehr auf. Was ist los? Ich gucke weiter. Was ist hier? Hä? Map ist zu Ende. Die sind falsch. Alle laufen dagegen, ey. Die Vector. Wo ist die denn? Wo ist die denn? Wo ist die denn wohl? Da? Ohhhh. Da hat noch ein Schalldämpfer drauf, ey. Dann sieht die aber richtig nice aus. Was sagt ihr? Richtig schick, ey. Was hatte ich mit dem Feuermodus? Einzel, Dauer, oder auch Salve? Single und Rapid. Oh, okay. Hinterm Turm hat schon einer geguckt. Ach, ne Augenklappe. Ich guck. Nee. Hast du noch was? Leg dich nicht mit dem Einer gegen Banditen an. Ah, hier liegt noch Schrotti. 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 Hast du noch was? Was denn? Zu trinken? Noch mehr, oder was? Noch mehr, hallo? Ich hab auch noch eine Dose, ey. Ich muss auch hier ein bisschen trinken finden, ne? Ja. Oder mal an Bach gehen. Ja, ich spring nochmal hier runter in den Staudamm. Ja gut, hier erzähle ich nicht. No risk, no fun. Na dann, auf. So. Da ist ein Spieler. Am roten Auto von uns. Ja, 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 ja. Oh Gott, wird jetzt Waffe gewechselt in dem Moment. Ich. Ich hatte Sniper an der Hand, Bruder. Was willst du von mir? Ist er direkt hier in der Ecke, oder was? Direkt nach der Straße, vor dir. Direkt schießen, oder was? Na klar. Wo ist er denn jetzt? Geh nicht mehr, vorne. Wo ist er hin? Hier, am Turm. Von dem Kleinen. Ist tot. Ist schon tot. Ist gut. Hat aber, glaub ich, nicht viel gehabt. Oh, die Arkane, die machen einen Schaden, ey. Übel, ne? Ach, der Arme, ey. Ach, der tut mir jetzt leid. So ist mit dem Reh, Mann. Mit Bambi. Oh ja, ich seh's. Ich check mal die Autos, komm mal ein bisschen Deck auf. Was war das? Das war ich. Willst du mich zu Tode erschrecken? Du Penner. Tötet Bambi, oder? Krieg Herzinfarkt hier, oder was? Was ist das nicht richtig mit dir? Oh. Dann sterb jetzt gleich mal. Hast du geschossen? Ja, Schalldämpfer. Wollte sagen, ich hab doch gar nichts gehört. Boah, ey. Ich hör nur... Hey, hallo. Ich hab extra mit Schalldämpfer geschossen. Ich hab gar nichts gehört. Boah, jetzt ver... Gar nicht. Ja, scheiß Bambi stand ja auch gleich neben mir. Oh. Schuss. Hab ich doch richtig gehört, eben. Aber ein krasser Schuss. Wie aus einer Bazooka. Da ist die Bazooka, ey. Das hat sich angehört wie eine dicke AWM oder sowas. Ba-bam. Du lieber Himmel, ey. War das? Das ist bei mir aber nicht so angehört. Bei mir war es eigentlich... Weiß ich nicht. Also schon ein dumm Verschuss, aber jetzt... Keine Ahnung, ein Sniper oder so vielleicht. Ja, hab ich... Auch gedacht. Ja, ist doch scheiße. Was nicht gut für uns wäre, wenn er... Hier, Leute. Augenklappe. Was bringt mir das denn jetzt? Meinst du, der sieht dich dann nicht? Du siehst den dann wenigstens nicht. Du siehst es nicht kommen, ja. Das ist richtig. Komm. Ich mach auch einen auf einen Eugen, Bandit. Oh Gott, die einen Eugen hier. Oh, beide haben... Auf dem zweiten siehst du besser. Beide haben Bandana an und... Augenklappe. Also lass mal nach rechts in das erste schmale Haus gehen hier. Klar. Bezahl. Als der Film da noch sieht, ey. Schießerei. Was ist los? Oh. Ja, Tür fest. Und so dick ist. Jetzt stehen wir hier, wie die... Wie die Zielscheiben. Ja, los, komm. Go, 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 go. Weiter. Weiter. Da links liegt schon länger ein Kollege rum. Uh. Was ist das? Was ist das? Hier schlägt einer. In der Halle drin. In der Halle drin. Ist das, ist das. Zwei Stück, glaub ich, die prügeln sich gegenseitig. Ah, ne. Er ist einfach nur lucky. Also. Ist tot. Oh, wie gemein du bist. Ist mir egal, tot. Ist mir egal, tot. Ich hab keine Dings ausgerüstet. Ah, lass mich denn töten. Aua. Tot. Hilfe. Da kommt noch was. Ah. Ach so, da läuft einer. Läuft das ein Zombie oder ist das ein Schweler? Hallo. Ich weiß nicht, sag du's mir. Da hinten, hinter dem, äh, an der Mauer. Aber zieh mich weg und nub, glaub ich. Wo denn? Wo denn? Richtung. Wo denn? Wo denn? Voll Alkohol. Ich pfeife nochmal. Das war ich. Oh. 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 Hier läuft einer. Wer ist das jetzt von euch? Nein. Okay. Ich glaub, ich hab ihn gesehen. Wo ist er denn? Vorsicht. Kannst du sagen, dass er gleich hochkommt. Oh Gott. Du weißt nicht. Oh Gott. Ich guck, ich guck vom Dach runter, da die Treppe. Du weißt durchs Fenster. Ich weiß nicht, wo der Seite ich gehe. Schalke, 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 schalke. Pschsch. Ich glaube, der ist gerade an mir vorbeigelaufen. Aber bei euch da im Gang. Alter, überrasch mi ich nie wohl. Alter, sagst mir, wenn ihr die Treppe hochkommt. Ich schieße auf alles, was hochläuft. Ich bin nicht an der Treppe. Alter, ich hab einen gesehen. Der sneakt, das sneakt voll ab hier. Das sneakt voll ab. Auf welcher Etage seid ihr? Ich habe gerade einen gesehen. Ich bin Etage direkt unter euch. Ich bin eins unter dir. Da, wo du beim CQB-Fight warst, da bin ich. Digga, da hat er gerade eine Treppe zu mir hochgeguckt, Alter. Kommt da jetzt eine hoch von euch? Seid ihr das? Nein! Ja! Du hast die Eier rasiert, der hat alles. Was war das denn für ein Jump? Was hat der da gemacht? Aber hast du die Feuerrase gehört, ey? Ich muss mich verbinden. Leute, ich habe auch keine Verbände eigentlich. Hat er dich getroffen? Ja, der hat mich getroffen. Boah, der hat ja mal ganz schön die Schuhe poliert. Ey, was war mit dem Lust? Check. Wer war das? Ich war das. War das jetzt der Einzige, der hier war? Keine Ahnung. Ich hoffe es. Ich muss nachladen. So, da war das Magazin der Vector leer, ne? Boah, der hat aber durch dich rasiert, ey. Der ist bei diesem Büros da. Ich komme jetzt von rechts, oh? Wo bist du genau? Da, wo du warst, CQB-Fight, da bin ich. Ich sehe dich nicht, Bruder. Hier, guck mal. Boah, was war das denn, Furz? Ey, was war das? Drogen, Alter. Drogen? Drogenbogen. Hat er dich getroffen mit dem Heldbogen? Der kam noch nicht mal zum Spannen, Alter. Jetzt ernsthaft? Konnt er mit dem Bogen hier hoch? Ja, der kam mit dem Bogen hoch. Hat kurz hochgeluscht und abgedickt. Ey, was ist ein Furz? Ist hier noch einer? Ist hier noch einer? Drogenbogen. Vielen Dank.